Disney bringt eine Realverfilmung nach der anderen raus und ich bin ehrlich, ich bin kein großer Fan und bisher hat mich auch keiner dieser Filme so richtig mitgenommen oder Gänsehaut spüren lassen. Nein, es war einfach nur völligste Enttäuschung, wenn ich mir die Filme angeschaut habe. Der einzige Film in meinen Augen war Aladin und dort habe ich wirklich gesuchtet und zwar 20 Mal hintereinander, weil ich einfach die Musik alles gefeiert habe. Und ich bin ehrlich, ich als Kind, die König der Löwen zum allerersten Mal gesehen hat, hat diesen Film einfach geliebt und einfach gesuchtet. Ich hatte ihn auf Kassette und konnte ihn mir mehrmals anschauen und ich habe diesen Film so sehr gefeiert, dass ich als Kind sogar Musik von Alton John hoch und runter gehört habe. Dann kam endlich die erste Realverfilmung von Der König der Löwen auf den Markt und ich sage euch so wie es ist, ich war mega enttäuscht und es war ein riesen Flop, diesen Film zu schauen. Denn ich fand einfach, die Animation von dem, wie die gesprochen haben, war einfach enttäuschend. Dennoch möchte ich Mufasa im Dezember eine Chance geben, denn der Trailer sah vielversprechend aus. Ich gebe ihm eine zweite Chance. Wie sieht es bei euch aus? Oder denkt ihr, lieber nicht?